Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Plans vs. Zombies Let's Plays. Garden Warfare, darum geht's. Ich bin Nektardin, ihr schaut wie wir gehen. So, jo, und wir spielen mal Gartenkommando. Wir erstellen kein Spiel, sondern suchen uns eins, wo wir beitreten können. Das ist im Grunde genommen der Koop-Teil von Garden Warfare, wo wir als Pflanzen gegen die Zombies unseren Garten verteidigen müssen. Das ist so eine Art Hort-Mode. Sprich, es gibt diverse Wellen, die uns immer wieder... Was ist das denn? Das ist etwas, was mich persönlich stört. Ich habe im Moment keinen Upload laufen und gar nichts. Dann warten wir mal auf Spieler. Kein Upload laufen, gar nichts in der Richtung und normalerweise müsste Ping und dergleichen super sein. Ich kann trotzdem oftmals Spielen in diesem Modus nicht joinen. Ich glaube, was aber auf reinen Vermutungen fußt und keinesfalls auf bestätigten Fakten, dass... Aha. Ebenfalls, was ich denke, ist, dass wahrscheinlich das hier vielleicht Peer-to-Peer ist und nicht Dedicated Servers. Das ist was, was ich mir vorstellen kann. Hier gehen wir mal raus. Das dauert ja ewig. Suchen hier wieder ein Spiel. Auch ein Spiel suchen. Vielleicht kommen wir so irgendwie rein. Er suchte vor allen Dingen halt auch nach spannenden Spielsitzungen, wie er so schön schreibt. Wäre gut, wenn wir überhaupt erstmal eine bekommen, wo wir rein können. Und ich glaube, das haben wir sogar gefunden. Yeah. Vorstadtwohnung habe ich so jetzt noch gar nicht gemacht in dem Modus. als Gartenkommando. So, wir müssen einen Garten bepflanzen und schützen, bis Debbie Dave zurückgekommen ist oder zurückkehrt. Da sehen wir dann auch in dem Moment den Kontrapfad machen wir hier. Da ist er mit seinem Wohnmobil. Ich glaube einer ist Boss. Das könnte sein eventuell. Lustig. Wo ist unser Garten? Da hinten ist unser Garten. Dann bewegen wir uns mal da fix hin. So, da möglichst alles bepflanzen und sicherstellen. Letztendlich. Wo gibt es denn hier Töpfe? Hallo Mr. Topf, da bist du ja. Das war finde ich noch gut. Hauen wir mal so viele verschiedene Sachen, die wir haben. Weil ich habe keine Ahnung, welche von denen jetzt praktisch ist und welche nicht. Ich habe schlichtweg die meisten noch nicht ausprobiert. Was sieht es denn hier aus? Auch nur pornöse Sachen. Sieht ein bisschen aus, als wäre es hier Mario, finde ich. Aber schon recht nett. Gerade mit diesem auf Plüschig getrimmten finde ich das ganz nice. So, die Zombies kommen. Wir kriegen hier schön angezeigt, wo die Zombies kommen. Aus welcher Richtung letztendlich. Großen und Ganzen sind sie eigentlich nur Kanonenfutter. Da hinten kommen sie auch noch. Das Gute hier ist, bei den Chili-Bohnen-Bomben rennen die dann auch tatsächlich hin und gucken die sich erstmal an. Das finde ich wiederum ganz gut. So. Wir führen komischerweise sogar, was die Abschüsse angeht im Moment. Nächste Welle in 4. Gucken wir hier rauf. Ne, das geht ein bisschen zu hoch. Da kommt die nächste Welle von dort hinten zum Beispiel. Sterbt ihr Schweine. Da sind jetzt auch schon bessere Zombies mit dabei in dieser Welle. Nur, dass wir hier ein bisschen wegkommen. Genau, zack, nachladen. Den haben wir auch. Gibt es hier noch Zombies? Ne, ne. Perfekte Welle. Sehr schön. Wahrscheinlich, weil der Garten keinen Schaden bekommen hat. Wir haben jetzt bisher 16 Stück gekillt. Eigentlich sehr gut. Lass dich nicht K.O. schlagen. Ja, habe ich eigentlich auch nicht vor. Trotzdem danke für den Tipp. Was hast du denn für einer? Der hat seinen Kopf verloren. Es ist halt ganz nett so mit den ganzen Hüten und sowas, die hier alles dann trotz allem haben. Finde ich eigentlich ganz schick gemacht. Es hat ja den typischen Charme, wie man ihn so kennt. Wohoho. Okay, immer schön bei den Sonnenblumen bleiben. Läuft eigentlich gerade ganz gut. Wo ist da einer? Okay. Kaputt. Dafür das geklopft muss ich mich entschuldigen. Ich kann nur nichts dafür. Kurz hier. Bam, bam, bam. Dann kommen die von nach vorne. Das ist die Welle 4. Die nächste Welle darauf müsste dann eine Boss Welle sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Den Hammer. Ja, habe ich überhaupt nichts getroffen hier. Wie das schon? Habt ihr das gesehen? Der Drecksack hier. Der Blödkop. Mit dem unmodischen Hut. Der hat doch tatsächlich alles außen vor gelassen. Sogar die Chili-Bohnen-Bombe. Und hat gesagt, nicht mit mir. Wurde er jetzt gefressen oder was geht hier ab? Ich sehe schlichtweg nichts. Okay, hier gucken wir mal auf die Pflanzentöpfe alle noch in Ordnung sind. So weit in Ordnung. Blöde Ingenieure sind hier. Was soll das? Jetzt müssen wir die Dinger auch noch kaputt machen. Sonst kommen die nämlich hier reingeworpt die ganze Zeit. Wie wir jetzt neu gelernt haben. War jetzt noch einer. Perfekte Welle. Ganz schön aufgeholt die anderen jetzt gerade. in der Runde. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Zomboss-Spielautomat. Okay, also wirklich eine Bosswelle. Gucken wie lange wir das aushalten das Spiel. Oh, oh, oh. Was ist das für einer? Zwei Gräber und ein Yeti oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob der gut oder schlecht ist. Wo kommen sie denn? Dahinten kommen sie. Okay, das ist schon mal down. Wie schnell der ist und wie groß der ist, ey. Da fällt auch keiner sterben eigentlich von uns. Das wäre alles andere als toll. Damit ist der down. Jetzt gehen wir mal kurz gucken, dass wir hier uns den Grabstein vorknöpfen. Bei denen müssen wir tatsächlich kaputt machen. So, da hat uns die Chilibohne gut geholfen. Eine perfekte Bosswelle sogar gehabt. Dann mal alles wieder hochheilen. Sehr schön. Voller die Waldfee, Leute, sag ich dazu nur. Wie sie hier rumhüpft. Hupf, hupf, hupf. Sagt sie nur, hupf, hupf, hupf. Sagt sie nur, dass wir wieder hier hochkommen. Bis sie hier oben aber auch alles kaputtgetaunt haben, ne? Einfach mal alles gebashed rund los, nach meiner Meinung. Gucken, dass wir da mitessen. Oh nein, Mighty Monkey, wo ist Mighty Monkey? Den müssen wir natürlich wiederbeleben, sonst ist er nämlich weg. Das wäre unschön. Was ist hier los, ey? Zack, 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 zack. Wie halt der nach uns haut, die Drecksau, ey. Stirb! Haben wir es geschafft? Gibt es noch welche? Ich denke, es gibt wahrscheinlich noch welche. Dahinten ist ein Teleporter vor allen Dingen, ey. Machen wir den Krag mal kaputt. Blöden Schweine. So, damit haben wir die Welle auch gegessen. Oh, da vorne können wir wieder was bauen. Macht aber jemand anderes schon. Die macht auch was, sehr schön. Dann machen wir den hier hinten. Wenn wir den hier setzen, nehmen wir hier so einen. Hier machen wir mal so einen. Hier hinten am besten auch nochmal einen. Einfach zur Absicherung. Was sind das denn für Leute, ey? Ein bisschen aus wie die Oakland Raiders. Der hat mit seinem Cheat angerennt, ey. Heal, heal. Danke. Sind noch ein paar Zombies da. Die werden halt auch immer stärker. Logischerweise. Die Zombiewellen. Diese Drecksau. Der ist down. Wie sieht es hier aus? Mit Pflanzentöpfen und so weiter. Neu setzen. Eine davon rein. Ich habe heute die ganze Zeit Final Fantasy gespielt. Lightning Returns. Wegen den Bauarbeiten. Weil alles andere sonst ein bisschen zu laut auf gewesen wäre. Zum aufnehmen und so weiter. Ich muss sagen. Lightning Returns. Ist ein super Final Fantasy. Also. Soweit mit zu den besten Teilen. Die ich in letzter Zeit gespielt habe. Es gab ja auch seit Final Fantasy 13 2. Eigentlich keinen neuen Teil. Von daher nicht verwunderlich. Aber so ist es halt. Wenn man gerade was anderes spielt. Und. Komm. Mach'se platt. Hier, Mann. Platt. Meine Fresse, ey. Was ist das hier? Oh. Die sind hier hinten. Die machen an unserem Garten rum. Die Kummelhansen. Okay. Leute. Können wir hier wieder einen Töppen neu machen. Da würde ich sagen. So einen. Ist das in Ordnung. Wie viele Wellen haben wir denn jetzt geschafft? Kein Überblick im Moment. Sieht's hier aus. Hier können wir was Neues setzen. Auch mal so ein Duplinator-Kram. So den normalen. Besser gesagt. Die rechte Seite scheint mir ja ganz gut abgesichert zu sein. Blöde ist. Nächste Runde ist dann die nächste Bosswelle. Das kann zu Problemen führen. Boah. Ich habe eigentlich gedacht, der macht den platt. Aber scheiße war's. Die sieht hier hinten aus. Was ist das da für einer? Was ist das für einer? Was ist da los? Ist der gepanzert oder was? Alter. Oh man, oh man, oh man. Stirb du Sau. Hinter uns. Wie viel halten die denn aus? Alter. Boah. Welle abgeschlossen. Heißt für mich nichts anderes, als wir nochmal schön neu bepflanzen. Du kommst hier mal rein. Hier so ein Gatling gedönst rein. Ob da wieder alles bepflanzt? Oh nein, der Zombausspielautomat, Leute. Was hat er für uns im Petto? Oh nein. Tausend Münzen? Das ist natürlich super gut. Oh fuck. Wir sind... Keine Ahnung was die sind. Groß nehme ich an. Oh shit. Was bist du denn für einer? Hier kriegst du eine Chilibohne. Was ist das denn ey? Was machst du denn da? Alter, lass mich mal in Ruhe. Was ist das denn? Oh Mann. Was ist das denn für eine Erreise? Oh, immer nur noch sein Schub. Ich blöde das. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Den haben wir. Da ist der nächste. Feuer frei, würde ich sagen. Was für riesige Dinger, ey. Ich hoffe es, ich hoffe es, bitte, 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 bitte. Ich habe ihn gerettet. Wir brauchen Heels. Heilung, 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 Heilung. Alter, was geht hier ab, bitte? Kann mir das einer erklären kurz? Boah, Alter. Nett im Ernst, oder? Das war doch kranker Fuckscheiß. Was hier hinten los? Wie los zur Landezone? Ich glaube wir haben es geschafft. Müssen wir nur noch entkommen, oder was? Ok Leute, wir müssen entkommen. Ab zu Debbie Dave. Los jetzt. Hier habt ihr eine Chili-Bohnen-Bombe. Jawoll. Da bin ich. Da bin ich. Wir müssen unsere Leute hier noch schützen. Trotz allem. Ok. Aufpassen hier. Meine Fresse, ey. Das werden wir hier noch fast rüber ran. Was soll das? Noch ein Zombie. Alter. Das ist so ein Explodierer. Ich will nicht, dass der explodiert. Jetzt kommt schon, Debbie Dave. Scheiß Wohnwagenfahrer, kannst dich allen hin verlassen, ey. Oh Scheiße. Position ist leer. Uh. Ich hab grad noch so in den Arsch gehauen. Ja, du hast was verpasst. Komm mal bei, du Vogel. 4 von 4 Spieler in der Landeszone. Oh Gott. Ok, den hätt ich nicht mehr pflanzen müssen, aber egal. Alle Pflanzen sind entkommen. Wir haben gesiegt. Mal gucken, wie viele Münzen es dafür gibt. Bonus-Ziele-Ergebnisse. Erfolg freigeschaltet. Garten normal. 4600 Münzen. Sehr schön wirkt. Ich würde sagen. Insgesamt eigentlich ganz lustig. Auch mal einen schönen Einblick in diesen Modus angegeben. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal.